Radio PSR Mein Sender. Alle Hits für Sachsen. Hier ist Radio PSR, lieber Thess Möller. Mit Mascho, unser heutiger Gast heißt Jonathan Vandenbroek. Kommt aus Belgien, alle fragen immer, hä? Milo ist sein Künstlername. Schön, dass du hier bist. Wo kommt das eigentlich her, dieser Künstlername? Wie hast du dir das ausgedacht? Well, it was the end of 2003 and I had just been in a lot of bands with a very long name and so when I started from zero with my own songs and just me and acoustic guitar, I wanted a very short name because my real name is Jonathan Vandenbroek and it's too long, I thought, and I still think as an artist name. Okay, also er hat vorher immer den Bands mitgespielt, die sehr lange Namen hatten und als er seine Solokarriere 2003 gestartet hat, hat er gesagt, er will einen kurzen Namen, den sich jeder merken kann, weil sein Originalname, der klingt ja flämisch noch viel schöner, als ich das gerade gesagt habe, Jonathan Vandenbroek. Vandenbroek, ja. Vandenbroek, ja. Ist ein schöner Name, aber glaube ich so als Künstlername halt doch ein bisschen lang, gerade für eine internationale Karriere. Und die hat ja nun wirklich gezündet, die Karriere. Und jetzt hast du ja auch was Neues. Du hast mit Marit Larsen einen Song aufgenommen. Wie kam das? Well, I met her for the first time last summer at a festival. und wir waren, ich denke, es gab viele verschiedene Musik da, und wir waren die einzige mit einer Akustik-Gitarre. Und so, das war ich mit ihr das erste Mal. Und dann, ja, ein paar Monate später, sie und ich, wir hatten das ganze Jahr in Deutschland, 2009. From zero to... Hero. No, no. But you know what I mean? Ja, er ist von 100. Ja, sie ist aus Norwegen, ich bin aus Belgien, also wir sind nicht deutsche Artists, aber trotzdem, Deutschland ist unser Land. Ja, und wir, ja, wir haben das zusammen gemacht, und es funktioniert wirklich gut. Und Out of my Hands ist eine meiner Songs. Und wir haben eine Version zusammen gemacht, in Brüssel, weil sie in Holland war. Und, ja, unsere Schedule, es fit perfekt. Alles hat mal geklappt. Und Out of my Hands, in the next couple of weeks should be released as a new, the third single for me. Aus Berlin bist du gekommen, ne? Ja, ja. Was hast du da angestellt? I had a concert on Friday, and a free weekend actually this weekend. We had four, finished four concerts, and then so we had a free weekend, so it was nice. Endlich mal ein freies Wochenende, nach vier Konzerten in der Reihe, Freitagern halt in Berlin Konzert. Was macht Milo, wenn er frei hat an dem Wochenende? Sleep. I sleep a lot and then I walk around and I saw a little bit of Berlin. I've been there many times the last year for promo interviews, but it was the first time that I actually had free time, so it was nice just to walk around. Ist auch mal cool, ne? Yeah, it was cool. And a couple of my friends from Belgium came over and we had a drink. Also hat er nicht mal ausgeschlafen und er war schon öfters in Berlin, aber so das erste Mal, dass er ein bisschen mehr Zeit hatte. Okay, ich stell dir einige Fragen. Okay. Und du versuchst möglichst schnell zu antworten? Okay. Nicht zu schwierig, ne? Nein, ganz einfach. Nein. Wir sind immer ganz lieb. Was hörst du privat für Musik? Was höre ich? Am liebsten oder auf deinem iPod? A lot of music. MGMT, Bob Dylan, Bruce Springsteen. Was hast du immer dabei? My iPhone. Okay. Deinen freier Tag hatten wir ja schon. Wie kannst du am besten relaxen? Schlafen. Schlafen. Das glaube ich. Okay. Und dein größtes Laster? What does that mean? Your worst habit? My worst habit? Hmm. That's difficult to answer myself. You should ask someone else. I don't know. I'm stubborn maybe? Er ist stur. Also wenn er dir was in den Kopf setzt, dann wird er das auch durchsetzen. Kopfig. That's the word in Niederlandisch. Ach schön, Kopfig. Kopfig. Das klingt gut, das klingt gut. Und dein peinlichstes Erlebnis? I don't know. How do you mean? Most embarrassing? A moment never happened something on stage where you said, oh, that was very embarrassing. Yeah, of course. Was ist nicht sagen? Yeah, yeah, no. I remember Rock am Ring. I played, it was the first of two days. The next day was Rock in Park and Rock am Ring. At the end, with AI technology, I was so excited. I was singing the wrong notes. But, yeah, but, again. I mean, I forgot about it later, but that was embarrassing, of course. Also hat man die falschen Noten gesogen bei ein riesen Konzert bei Rock am Ring.